hallo und herzlich willkommen zu dieser ausgabe von let's play world of warships und ihr wisst ja dass ich alleine immer nur ungern spiel deswegen habe ich mir heute wieder mal einen gast eingeladen und zwar den rio cut hallo naja und rio und mich wisst ihr uns verbindet eine lange ich würde jetzt mittlerweile also zumindest eine sehr gute bekanntschaft ich muss auch überlegen mit welchen kumpels ich in meinem leben schon ein 1 40 bett geteilt habe ja das wird das wird uns ein leben lang verbinden ja das ist wohl ich glaube ich war nicht in diese wucht übrigens davon mit rein ja das war schon besonders es gibt da mal so ein gibt da so ein spruch was im hotel passiert bleibt im hotel den kennt ich noch nicht ich kann nur das mir was das internet getragen ja und du ja auch ja das stimmt natürlich wie wir sehr schön ja wo wegen von das fahren eine unvergessliche reise absolut das ist auch was wo ich glaube ich lange von mental zehren kann ich war echt toller trip und das sagt london genau ja da bin ich auch schon da haben wir uns aber kein zimmer nein vielleicht ein vielleicht ja ein schlafplatz auf dem schiff das wäre ja ein bier beziehungsweise teilen wir nicht sondern nein wir trinken wir sind groß genug jeder darf ein sein eigenes haben ach ja das könnte man eigentlich sogar kurz sagen uns wurde angeboten dass wir auf einem messerischen schiff schlafen konnten genau ich für meinen teil habe ist nicht abgelehnt sondern ich wollte eigentlich noch ein paar informationen dazu haben aber allein das war wahrscheinlich schon genug dass ich dann da raus bin denn ich habe da immer so ein bisschen ich könnte mich in so einer kleinen kohle oder so schlafen und deswegen weiß da etwas verhalten hast du dazu gesagt ehrlicherweise bei mir ist es noch unklar wie und wo ich schlafen werde also die erste nacht auf jeden fall das hotel wahrscheinlich kann ich mir nicht anders vorstellen die zweite nacht mal schauen das problem was ich nur habe ich habe so eigentlich kein bock auf den schnacher und das kann ja natürlich bei sowas durchaus passieren dass man einen hat da nicht die schlafgewohnheiten hat wie man sich selber vorstellt brenne south carolina brenne brenne im licht der rechtschaffenheit und das nicht geplant ja auf max range kann man die phoenix und auch spielen das vielleicht muss man doch dazu ergänzen was wir überwachen das ist ja das launch event von world of warships und wird dann da vorgestellt und von dem her glaube ich wird es da von jedem von uns wieder cooles material geben hoffe ich zumindest mal ja ich habe mir extra dafür normalen camcorder geholt also dass ich es ein bisschen spontaner dann auch filmen kann als das mit der kamera der fall war leider da musste ich dann immer ein bisschen umschrauben und so ist das dann ein bisschen angenehmer da mache ich die selfie vlogs kenne ich so dass eine ganze menge irgendwie in der mitte überall tummeln sie sich in der tat da ist es auch viel dass eine kummer die steckt fest die steht die steht die steht da machst du weg das war glaube ich die die schlange angebraten habe angebumst angebraten habe ich so nicht so einfach mal ordentlich ordentlich gehack gestellt hat 2000 hat auch die kummer beim schießt einfach mal ein bisschen mit pb drauf ja kuma ist so weich auf jeden fall jetzt kriegst du nicht mehr richtig rein so ein glück da ist ein torpedo direkt vor ihr stecken geblieben sozusagen oder angehalten die zitadellentreffer jetzt habe ich so nice oder kommen schüsse jajaja one shot nein das ist doch lächerlich was mir so wurde gewonnen schottet nein ach quatsch welches lächerlich welches schiff welcher gegner das war glaube ich die wyoming ach du kacke das ist natürlich sauerger junus s1 junus s1 ja die wyoming super und ich denke mir schon alter mit der phoenix one shot wenn wir schauen ob es sich jetzt noch rausreißen kann weil wie gesagt bisher ging es ganz gut los das muss noch weiter so gut laufen aber das ist halt immer die schwierige mit vier treffern mit vier mit vier direkt in die mitte getroffen und die waren irgendwie alle auf einen punkt die kugeln das war schon sehr merkwürdig auf 15 14 kilometern so zu treffen das ist schon aber das passiert manchmal leider also gerade wenn man sich die arkansas ins in den kopf zurück holt und sich bedenkt wie hartes ding streut ja im wyoming ist ja doch nicht besser eigentlich nicht ist schon sehr sehr lucky gewesen sag ich mal aber so ist es halt ja das ist leider immer so ein bisschen ja eine schwierigkeit von dem spiel so das rn g drollt mich selten aber wenn dann richtig so sieht es aus aber für ihn was schöne situation wahrscheinlich für ihn was toll sehr gefreut er hat wahrscheinlich ordentlich gefeiert ja ich mal stark an steht ja auch schon leider wieder zwei zu vier führen gegner ja nicht ganz so gut ich habe jetzt komme ich auf die war ja mich drauf das ist so wieder eine andere aber was schön auf dem top ist auf dem ob es aber außer 800 erstellen kommt da nicht viel rum jetzt kommt der wacker tag auf die war ja auch mal gespannt ob wir das noch holen können bezweifelt ist ja sehr stark ich habe sieben treffe aber kaum schaden gemacht dann dabei augen unglaublich die schizuki sieht sehr stark nach namen juli aus oder eine mischung aus mir juli und erwachen gott sei dank der sehr kleinen türmen drauf irgendwie ja es ist ja lieber was habe ich muss ich kann ich danach erst sagen kann ich das grad gar nicht nachgucken die könnte niveau und schatten und unter jedes aber so sie soll usb Die gehen daneben, die Torpedos. Die gehen Gott sei Dank daneben, ja. Da hat er mich mit meinem harten Abbremsen gerechnet. Und da kommt aber noch Torpedo-Flugzeuge von vorne. Ja, das ist ein Spaß. Das soll ja auch nicht langweilig werden, du. Beweglich wie so ein Kühlschrank. Kühlschrank. Ja, das ist ein netter Vergleich. Guck mal, da ist eine Langley vor dir. Da ist eine Langley. Mich würde aber viel mehr interessieren, wo die Isokase ist. In der Wolke. Ah, da hinter mir ist er. Guck mal, da kommen Torpedos. Ja, ja. Und noch mehr Torpedos. Ich freue mich. Wo sind die sechs? Die zwei fehlen noch. Aber schlecht gesetzt. Sehr schlecht gesetzt, ja. Oh. Hör mal hin. 10k. Ja, mit HE macht man dann ganz schön Schaden auf so eine Langley. Auf jeden Fall. Wo man da ja auch gut durchkommt. Und jetzt triert man ganz ordentlich. Wenn sie nicht wieder so streut, das Luder. Komm, Langley. Zeig mir noch einmal, dass du richtig schön verschießen kannst. Ja, will ich gar nicht. Ja, da dürfte nur einer treffen. Nee. Wuhu. War der knapp. Alter Schwede. Okay, der war schlecht geschossen einfach. Aber jetzt schießen auch schon meine sekundären. Okay. Streut auch ein bisschen. So. Wenigstens den noch klar gemacht. Peinlich wäre es geworden, wenn der mich jetzt noch weg gemacht hätte. Okay. Okay, die South Carolina ist jetzt auch gleich weg. hmmm. Na, wenigstens mal hier den Antrieb von der einen kaputt geschossen. Vielleicht bist du last man standing. Gleich wäre ich vielleicht. Oh. Ich dachte, diese Katze, die geht vielleicht noch drauf. Aber da kommen wieder Torpedos. Da kommen wir nicht voll. Ah. Hast du ein, hast du ein Mehl, der ist direkt vor dir gespawnt. Ja, aber sowas voll. Da hätte ich sonst den Tod gerissen. Ich hoffe, jetzt müssen wir auf meine sekundären, auf die eine Eso-Kasse. Die schießt sich nämlich selber jetzt gar nicht mehr. Sondern noch. Ja, da wird es wieder Torpedos. Ist dir bewusst. Da kommen sie. Mach sie weg. Mach sie weg. Ja. Oh Gott, du bist auch vorbeigekommen. Oh mein Gott. Sehr gut. Troll. Trollig, ey. Trollig. Ja. Leg dich niemals mit einem Japaner an. Ja. Unglaublich. Unglaublich. Aber ich glaube trotzdem, das schaffe ich nicht mehr ganz rumzureißen, habe ich so das Gefühl. Aber ich muss sagen, das sind so die Momente, für die ich dann bei World of Warships lebe, da wo so ein bisschen Adrenalin ist, wo so ein bisschen, ja, da muss einfach so richtig spannend und lustig werden. Ah, nee, der ist zu schnell. Und da geht auch das Herz gleich ein bisschen schneller, muss ich gestehen. Du aufregend. Ne war? Also ein würde ich ja vielleicht noch gern mitnehmen. Würde ich jetzt zumindest nicht nein sagen. Na ja, reparieren kann ich nicht mehr wirklich. Also ich habe zwar noch einen, aber es gibt nichts zum reparieren gerade leider. Okay, ich bin entdeckt. Von wem oder wo? Bisch ist auch noch. Ach so, hinterhalb der Insel. Ich habe den einen, habe ich ja noch bekommen, die Phoenix. Kriege ich vielleicht noch einen Kill? Oh Gott, oh Gott, wie voll ist denn die Wyoming noch? Ach, die kriegst du doch noch hin. Alter, verweilter. Easy going. Ja. Die dachte sich, okay, es hat er lang genug gespielt. Aus, die Maus. Jetzt lass das mal den Papa machen, dachte sie sich. Joa, aber unterm Strich kann ich mich mit meiner Runde nicht beklagen. Die lief ganz, ganz überraschend gut. Ja, bei mir war sehr witzig. Ja, bei dir war es leider viel zu schnell zu Ende. Das ist schade. Aber für die erste Runde Ishizuchi, muss ich sagen, gefällt mir lustigerweise besser als die Arkansas Beta, die ich ja vor kurzem erst gespielt habe. Von dem her, ja, Ishizuchi kann man kaufen. Das mit dir geworden. Ich würde sagen, genau, kann man das beenden. Vielen Dank, dass du dabei warst und ja, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.